Und dann kommt er auf mich zu und sagt, Hermann, kriege ich dir, alter Papa, kriege ich dir ein Prinzessinnenbuch. Sein Prinzessinnenbuch kriegst du jederzeit. Und so hat er ein Prinzessinnenbuch bekommen. Und der Schlüssel liegt, weißt du, kackende Prinzessin, habe ich nicht mehr alle Tasten im Schrank. Und wir Menschen zweifeln, werden andere Kackbücher schreiben. Zweifeln wir an uns rum. Verdammt nochmal. Wo kommen wir denn da hin? Jawohl. Wow, ihr Lieben. Schön, euch zu sehen. Ah, ich kriege ihn. Hier ist er. All right, ihr nach unten drücken. Dankeschön. Wow, ihr Lieben, ich werde verrückt. Danke, ihr seid großartig. Ich finde das wunderbar. Heute geht es live. Lasst mich gleich rein starten. Ich habe keinen Wecker gestellt mit Taddeus, aber ich werde auch... Übrigens, ich fand das so respektvoll. Ich bin so ein Taddeus-Fan, wenn einer wirklich sagt, weil wahrscheinlich hat er Stunden reden können, aber er hört pünktlich auf, um den Respekt zu zeigen. Großartiger Mann. Gebt dem doch nochmal einen Applaus hier, oder? Wow. Und ich will mit euch heute darüber reden, wie ihr zur Marke werdet. Und das ist meine Frage. Und ich möchte euch drei Fragen stellen. Beantwortet ihr die bitte mal. Wer von euch ist innovativ, neuen Dingen aufgeschlossen? Wer von euch ist kreativ und gut dabei? Die dritte Frage, und die bitte selbstkritisch zu beantworten. Wer von euch ist sexy? Wunderbar. Schau deinen Nachbarn an und sag, du bist es auch, Baby. Und wisst ihr, ich war ja mal Lebensmittelhändler. Und irgendwann kam mein Vater auf mich zu und sagt, Hermann, es wird Zeit, dir das Erbe zu überschreiben. Und ich sage, Mensch Vater, ich mag die Art, wie du denkst. Und er sagt, pass auf, da wäre ein Geschäftshaus dabei, würdest du auch bekommen. Sag ich, Mensch Vater, ich mag wirklich die Art, wie du denkst. Und dann sagt er, ja, ein paar Schulden wären auch dabei, die würdest du mit dazu bekommen. Und ich sage, Vater, was verstehst du unter einem Paar? Und er sagt, naja, ich habe viele Fehler gemacht. Es wären fünf Millionen gewesen. Und frag mich bitte nicht, war das Dummheit, war das Selbstüberschätzung, war das Ballaballa? War das dieses, Vater, ich zeige dir, wie es funktioniert. Ich habe dieses Erbe angenommen. Das geht total einfach. Du gehst zum Notar, machst zwei Unterschriften und hast am nächsten Tag einen vollkommen anderen Kontostand. Das war so die Phase, wo meine Sparkasse Freising zweimal am Tag angerufen hat mit der Fragestellung, Scherer, wie geht es Ihnen eigentlich? Sag ich, warum interessiert Sie das? Haben die gesagt, wir sind an Ihrer Gesundheit interessiert. Und dann habe ich begonnen, mir die Frage zu stellen, wie kriegst du verdammt nochmal eigentlich fünf Millionen in fünf Jahren irgendwie wieder zusammen? Und ich wusste, als Lebensmittelhändler mit so ein paar Sahnetüten und Joghurt kriege ich es nicht hin. Dann dachte ich mir, komm, du wirst Speaker. Ich meine, den Mund hatte ich schon mal und irgendwie gibst du dann eben Gas. Und so war es dann tatsächlich, ich habe also irgendwie 3000 Vorträge erhalten, in 30 Ländern, 60 Bücher geschrieben und so weiter und so fort, gar nicht so wichtig. Und irgendwann war ich sogar auf dieser UGA-UGA-Liste, die 100 besten Erfolgstrainer. Da war ich Platz drei. Platz zwei ist schon tot. Ja, das ist gar nicht so wichtig. Ich sage das nicht, weil ich so toll bin. Platz zwei ist schon gestorben. Gott hab ihn selig. Das ist biologisches Nachrücken. Was ich viel spannender finde, ich dürfte 41 Menschen begleiten, diese Liste mit zu erobern. Und darüber will ich ganz gern mit euch reden, wie das geht. Und ich frage euch direkt mal, wie oft wurdet ihr schon mal von Menschen überholt, die besser waren als ihr selbst? Schon mal erlebt? Habt ihr schon mal erlebt, dass ihr in einer Zuschauergruppe sitzt und denkt, was für ein Idiot steht eigentlich da vorne? Könnte ja heute der Fall sein. Wie oft bist du in der Mitte, hörst andere Leute zu und denkst dir selbstkritisch vielleicht, Mensch, das könnte ich mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser. Und ich hab die Schnauze voll von Minderqualität, von Menschen, die das nicht reißen. Und ich möchte euch ein paar Tipps geben, denn im nächsten Jahr möchte ich nicht ich da oben stehen, sondern ihr alle. Wäre das ein Deal für alle? Geht doch wunderbar. So, und jetzt noch gleich ein wichtiger Punkt, ihr lieben Männer, ich hab euch gern, Frauen, ich hab euch gerne. Männer, ich find Frauen irgendwie noch ein bisschen, ihr wisst schon warum. Liebe Frauen, der Markt hat Sehnsucht nach Frauen, das hat der so sehr, aber wir glauben das häufig gar nicht. Und ich möchte euch bitten, ihr müsst eher, schaut mal, Frauen sind viel kommunikativer. Wir haben 120.000 verschiedene Worte im Duden, davon verwenden wir 2.000 verschiedene pro Tag. Mit Mehrfachnennungen kommen Männer dann immerhin auf 12.000 Worte pro Tag, wir Frauen dagegen auf 23.000 Worte. Frauen reden mehr als Männer. Schaut mal, Frauen sind pragmatisch. Die sagen so, wie heißt eine Frauenshitschrift? Brigitte, Petra, Freundin, Marie Claire. Habt ihr schon mal eine Männerzeitstift gesehen, die Hubert oder Günther heißt? So was gibt's logischerweise gar nicht. Und by the way, ich hab ja lange an der Uni St. Gallen lehren dürfen. Schaut mal, da gab es einen Studienauftrag, der war relativ simpel. Gehe zu P und C und kaufe eine Hose. Geschlechterspezifische Auswertung. Was kam raus? Frauen gehen rein, 3 Stunden, 26 Minuten, 692 Euro. Männer gehen rein, 6 Minuten, 69 Euro. Fertig! So, damit ihr wisst, wie die Wissenschaft funktioniert. Fazit dieser Studie. Männer geben pro Minute mehr Geld aus als Frauen. Das ist der Ansatz dazu. Und ich will euch ein bisschen mit dem Konzept der Minderqualität vertraut machen. Die meisten Menschen fliegen nicht First Class, sondern Economy. Und ich möchte, die meisten Menschen sehe ich deswegen nie auf den Bühnen dieser Welt. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil sie Angst haben, auf diese Bühne zu gehen. Und es wird Zeit, dass Menschen wie ihr rausgehen. Mit eurer Botschaft, mit eurem Credo. Und das, was euch bewegt, damit ihr die Welt zu einer besseren Welt machen könnt. Und ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt von diesem Professor für Fotografie. Der hat sein Semester untergliedert in zwei Gruppen. Gruppe 1, Gruppe 2. Und hat zur Gruppe 1 gesagt, gib mir am Ende des Jahres 100 Bilder. Und wenn es die schlechtesten Bilder der Welt sind, du bekommst eine 1. 100 Bilder eine 1, 90 eine 2, 80 eine 3 und so weiter. Der anderen Gruppe hat gesagt, gib mir nur ein einziges Bild, nur ein einziges Bild, das richtig geil ist und du kriegst eine 1. Was glaubt ihr, welche Gruppe hat gewonnen? Natürlich die erste Gruppe, weil die den Mut hatten, öfter abzudrücken. Und wir müssen manchmal uns gar nicht so sehr verändern, wir müssen nur unseren Frame verändern. Ich habe einen großartigen Menschen, der war Schmerztherapeut und das ist das, was wir im Goldprogramm machen, dass wir nicht die Menschen verändern wollen, sondern den Frame verändern wollen. Mal sehen, wer war schon im Goldprogramm von euch? Wow, danke, dass ihr mit dabei seid. Und das war Claudio Trento und was hat er tatsächlich getan? Er hat gesagt, Mensch, guck mal, ich mache jetzt nicht mehr Schmerztherapie, sondern ich ändere den Rahmen mit Schmerztherapie. Und mittlerweile liegt er bei über 4 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Es ist der Rahmen, der die Welt verändert. Und ihr kennt alle die Geschichte von der Washington Post, das Ergebnis mit Joshua Bell, der berühmteste Violonist der Vereinigten Staaten, den man mit seiner 4,8 Millionen Dollar Stradivari in einen Bahnhofseingang gestellt hat und ihn gebeten hat zu spielen. Und so sah das Ganze dann ungefähr aus. Und er hat natürlich auch ein bisschen gespielt, so am 12. Januar 2007. Und man wollte wissen, wie viel dieser Ausnahmekünstler bekommt an erbettelten Geld. Und es waren 18 Dollar. Und am gleichen Abend hat er eine Viertelmillion Dollar bekommen, weil er im richtigen Theater gespielt hat. Und der Schlüssel ist, er braucht den Rahmen, den wir immer wieder brauchen. Guck mal, bei Starbucks, ich glaube, der Kaffee bei Starbucks kostet 80 Cent, oder? Aber dieses, hi, babe, I love you so much, babe. What's for a Vorname, babe? Do you have some allergies? Laktose, vegan? Oh, Baby, 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 Kaffee, Baby. Das macht nochmal 6 Euro extra aus. Das ist so. Oder schau mal. Es sind danke. Oktoberfest, die Mars Bier. Die Mars Bier liegt bei 1,80 Euro. Aber dafür, dass du mit 10.000 Besoffenen im Zelt sitzen darfst, legst du nochmal 10 Euro obendrauf. Oder Tim, ein Musiker, der nicht erfolgreich ist, hat gesagt, mein Gott, was soll ich machen? Hat auf einer Tischdecke in Hamburg seinen Businessplan neu geschrieben. Hat gesagt, Henna in die Haare, ich bin aber jetzt bisexuell. Ich gehe nie wieder nüchtern auf die Bühne. Und ich heiße auch nicht mehr Tim, ich heiße jetzt Udo. Und es war Udo Lindenberg. Und was wir heute brauchen, ist nicht nur Kompetenz, sondern das Zeigen der Kompetenz. Ich durfte mit zwei Männern zusammenarbeiten. Ihr kennt die beide. Der eine war laut Frankfurter Allgemeine Zeitung Arbeitslosengeldempfänger, bis er dann sein Buch geschrieben hat. Das ist gefloppt, aber irgendwann ging es dann doch durch. Der heißt Richard David Precht. Er ist heute, by the way, kein Arbeitslosengeldempfänger mehr. Fachwissen reduziert manchmal das Honorar. Es geht nicht darum, Wissen zu vermitteln. Anderer Mensch, mit dem ich viel gearbeitet habe, Eckart von Hirschhaus. Er wusste nie, ist er eigentlich Zauberer oder ist er Arzt? Stell dir vor, der hätte sein Wissen verkauft. Ich dachte, ich muss es ablesen. Sein Wissen lautet die Wirksamkeit einer intravenösen Immunglobulintherapie in der Hybrid in der Phase der Endotoxinämie beim Schwein. Das interessiert keine Sau. Aber er hat was anderes gemacht. Deswegen macht diese USPs weg. Und ich habe nie verstanden, warum Menschen so viel Geld bezahlen. Warum? Mein Gott, Tadeus, warum wird der so gelobt? Warum sind so viele Menschen Fan von ihm? Weil, was er logischerweise nicht macht, er verkauft kein Wissen, sondern Gänsehaut. Und wir brauchen Gänsehaut im Leben. Wir brauchen die großen Dinge. Und du kannst immer wieder prüfen, was die Menschen machen. Immer wenn ich in den Vortrag reingehe, in den Raum reingehe, ich sage, als allererstes, was liegt auf dem Tisch? Bei einer meiner letzten Veranstaltung sehe ich das da auf dem Tisch. Freunde, wenn Menschen ihre Smarties sortieren, dann ist das keine Gänsehaut. Das ist suizidales Zuhören. Du bist eigentlich tot und hältst dich wach mit Smarties sortieren. Das ist so. Und wenn ihr jetzt glaubt, ihr könnt das nicht, ihr könnt das, darf ich mal ein lautes Ja hören, dass ihr das könnt? Ja! Warum? Weil wenn ihr die Freundin abonniert, meine Schwiegermutter, ich liebe meine Schwiegermutter, die Freundin abonniert, und da stehen so Sachen drin wie, ich habe meiner besten Freundin ein Buch geliehen, was soll ich tun? Sie gibt es mir nicht mehr zurück. Wisst ihr, wenn ich meiner besten Freundin ein Buch verleihe, und ich kriege es nicht mehr zurück, dann sage ich, Baby, du warst meine beste Freundin, ich hoffe, man neu ist. Wir sind doch krank geworden. Wir brauchen jetzt schon Berater, dass man ein Buch zurückbekommt. Weißt du, und ich war mit meinem Sohn jetzt in der Buchhandlung, und da sagt er zu mir, du Papa, darf ich mir ein Mahlbuch kaufen? Sag ich, klar darfst du ein Mahlbuch kaufen. Und dann kommt er mit diesem Buch. Sag ich, okay, vielleicht ein anderes. Sag der, Papa, ich nehme mir auch gerne ein anderes. Dann hat er mir dieses da gebracht. Sag ich, Mensch, Ben, bitte, bitte. Und dann hat er mir wieder ein anderes gebracht. Bitte, ich spreche den Namen nicht aus, da wird mir dann das da gebracht. Ich sagte, hallo, hallo. Und dann kommt er auf mich zu und sagt, Hermann, Papa, kriege ich dir ein Prinzessinnenbuch? Sag ich, ein Prinzessinnenbuch kriegst du jederzeit. Und so hat er ein Prinzessinnenbuch bekommen. Und der Schlüssel liegt, weißt du, kackende Prinzessin. Habe ich nicht mehr auf den Tasten im Schrank. Und wir Menschen zweifeln, werden andere Kackbücher schreiben. Zweifeln wir an uns rum. Verdammt nochmal. Wo kommen wir denn da hin? Jawohl. Und Shakespeare. Shakespeare sagte schon so schön, unsere Zweifel sind Verräter und führen häufig dazu, dass wir das Gute, das wir häufiger erreichen könnten, nicht bekommen, weil wir den Versuch, es zu erreichen, gar nicht erst warten. Das ist der Schlüssel. Wir wären so viel weiter, wenn wir es nur tun würden. Dann habe ich mir erlaubt, euch die Top Ten der Zweifel-Charts vorzustellen. Erstes Chart, ich bin nicht gut genug. Das ist das, was immer alle sagen. Schaffst du nicht und so weiter und so fort. Hör mal. Du bist sowas von gut genug. Du hast doch jetzt jahrelang ans Christkind geglaubt. Dann glaub doch jetzt mal an dich. Wäre doch mal so der erste Schritt. Und by the way, ich hatte keine Lebenserfahrung und bin trotzdem geboren worden. Da fragt dich keiner. Du kommst ja nicht als Experte auf die Welt. Gib einfach überhaupt schon mal Gas, logischerweise. Und das Schöne ist, alles, was du nicht kannst, kannst du trainieren. Du kannst kein Social Media, geh hier in den Social Media Raum. Du hast eine schlechte Stimme, mach Stimmtraining. Du bist selbst ein Idiot, hol dir einen Partner. Also irgendwas geht immer. Ich mach das so. Und viele sagen, ich bin zu jung, ich bin zu alt und so weiter und so fort. Hey, mein jüngster Teilnehmer war 14, mein ältester war 84. Das war das Alter, wobei Mutter Teresa sie erst abging. Bis 83 ist ja vor Pubertät. Wirklich mal groß zu sein und dabei zu sein. Und den Mut zu haben, es rauszufügen. Es gibt eine Frau, ich kenne die nicht persönlich. Ich würde sie küssen und knutschen von oben bis unten. Jamie heißt sie. Und ich finde das so sensationell. Die hat keinen Freund. Und sie postet jeden Tag, was sie anziehen würde, wenn sie mit ihrem Freund was auch immer tun würde. Und schaut mal, man könnte vielleicht sagen, andere würden sich nicht zeigen. Und sie tut das. Ich finde das so wunderbar. Schaut mal, hier ist sie. What I would wear. 110.000 Follower. Schafft ihr das, euch jeden Morgen frisch anzuziehen? Das ist alles. That's it. Und ich gehe noch weiter, bitteschön. Meine Frage an euch. Und bitte antwortet darauf. Meine Frage lautet, bist du leidenschaftlich? Ja. Ich spüre es, ich spüre es, es kommt. Ja, so ein bisschen. Ich frage nochmal, bist du leidenschaftlich? Ja. Jawohl. Weißt du, das brauchen wir. Wir haben die Schnauze voll von normal. Normal ist, ich habe dich auch lieb. Normal ist Florian Silberheisen. Normal ist Eiche rustikal. Normal ist Toilettenpapier im Auto. Normal ist eine Einstellung am Wäschetrockner. Wäschetrockner. Kein Mensch will normal sein. Und wir brauchen kein Talent. Du brauchst kein Talent. Talent wird maßlos überschätzt, weil wir viele auch untalentiert vorankommen. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt. Die Wälder werden sehr still, wenn nur die begabtesten Vögel singen. Ich habe zu Hause Singverbot. Drum biete ich Kurse an. Das singe ich dann. So. Was auch immer. Und um das klar und deutlich zu machen, dann kommt diese Nummer mit den Hatern. Ich habe die Schnauze so drecksvoll. Wisst ihr, ihr werdet sowieso gehatet. Ihr werdet gehatet. Du darfst dich nur noch entscheiden, wofür du gehatet wirst. Wenn du nämlich eine misserfolglose Pflaume bist, wirst du gehatet, weil du ein misserfolgreicher Loser bist. Und wenn du sensationell erfolgreich bist, wirst du gehatet, weil du erfolgreich bist. Dann lass uns doch wegen Erfolg haten. Alles andere wäre irgendwie blöd. Macht doch Sinn. Und wenn du wirklich sagst, ich kann nicht gehatet werden. Ich schaffe das nicht. Dann bitte lass dich wiedergebären als Kaffeemaschine. Denn dann stehen sie jeden Tag vor dir rum und drücken dich die ganze Zeit. So, dann ist die Welt in Ordnung. Also, heiß doch, bitteschön. Danke. Und wenn ihr wirklich mal Gas geben wollt. Mein Lieblingsspruch. Wenn du Dorfbewohner in Panik versetzen willst, dann mach doch einfach mal außerplanmäßig eine Mülltonne raus. Geht doch morgen mal raus und stellt eine Mülltonne hin. Gut, bei 20 Prozent ist es richtig. Dann müsst ihr das sowieso machen. Aber die restlichen 80 Prozent, die kriegen eins auf die Birne. Panik im Dorf. Stell dir vor, wir machen das alle. Hermann Scherer hat auf der Bühne Deutschland in Hektik versetzt. Der Mülltonnenrevolutionär. Wir brauchen den Regelbruch. Wir müssen verrückt sein. Meine Studenten sagen dann immer, was heißt das eigentlich, Regelbruch? Dann erzähl ich die Geschichte von den beiden Bauern, die ihren Esel für 400 Euro verkaufen wollten. Dann stirbt denen der Esel weg. Sagt der andere, das kriegen wir schon noch hin. Sagt er, wie, kriegen wir schon noch hin? Sagt er, ja. Hab eine Tombola durchgeführt. 200 Lose, A2 Euro, Hauptpreis, ein Esel. Sagt der andere, gab es denn da keine Beschwerden? Sagt er, ich hab 398 Euro reingenommen, aber es gab Beschwerden. Und zwar von dem, der den Hauptpreis gezogen hat. Dem hab ich das Geld zurückgegeben. Wir dürfen ein bisschen verrückt sein, Freunde. Mein Lieblingsvideo dazu ist, bitte schön, das da. Vielen Dank. Weißt du, diese Frechheit zu besitzen. Und der fünfte Zweifel ist sowas wie, ich habe mein Why noch nicht gefunden. Sorry, ich bin eine andere Generation. Ich habe diese Why-Frage sowas von satt. Da müssen die erst mal bis 30 studieren. Dann suchen die ihr Why bis 40. Bis 50 merken sie, dass sie es nicht haben. Und mit 60 gehen sie Why los in Rente. Das ist anstrengend. Und noch dazu, ich glaube, dass ein Why sogar was Egoistisches ist. Es geht doch gar nicht darum, was wir alle wollen. Es geht doch vielmehr darum, was wir denen da draußen an Hilfe geben können. Deswegen, Intelligenz, ihr Lieben, ist unser Feind. Ihr alle seid in der Regel zu intelligent. Die Amis sagen so schön, to be stupid enough to push the button. Deppert genug zu sein, um auf diesen Knopf zu drücken. Und was machen wir? Wir untersuchen den Knopf. Ist der auch wirklich rund? Und was würde denn passieren, wenn man draufdrücken würde? Es ist ein Drama. Und dann gibt es noch Menschen, die zweifelsohne mit Recht sagen, Ich habe so viele Verletzungen. Ich habe so viele Narben. Und ich weiß gar nicht, ob ich das in dieser Zeit zeigen soll und darf. Und ich fühle es trotzdem. Ich weiß nicht, ob ihr diese Stadt kennt. Diese Stadt ist Leningrad. Die Stadt, die damals im Zweiten Weltkrieg nicht erobert werden sollte, sondern ausgehungert werden sollte. Man hat die Lebensmittelvorräte zerbombt und hat dann 900 Tage gewartet, dass die Menschen einfach verrecken. Und ich entschuldige mich heute noch dafür, dass das geschehen ist. Es gab einen Tag, der wurde dokumentiert, dass es kein Fensterkit mehr in den Fenstern gibt, weil Fensterkit hat ein Leben um zwei Tage verlängert. Das war nach dem Tag, an dem dokumentiert wurde, dass es keine Tiere mehr gibt, keine Hunde, keine Katzen, keine Pferde, weil alle die wurden schon längst gegessen. Und by the way, wurden nicht nur Tiere gegessen. Und wenn ich mir diese Stadt heute anschaue und lasse mich diese These aufstellen, und ich sehe, wie prächtig, wie großartig, wie wundervoll, wie majestätisch, wie stolz, wie außergewöhnlich diese Stadt heute dasteht, dann stelle ich die These auf, und damit will ich das Leid nicht mindern, aber damit stelle ich die These auf, dass wir manchmal anscheinend große Narben brauchen, um noch größer und noch kräftiger zu werden. New York hat sich verändert seit 9-11. Und ich weiß gar nicht, wie mein Leben war und was diese fünf Millionen so schrecklich sie waren, sie haben mir gleichzeitig geholfen, groß zu denken. Und diese Stadt heißt heute auch nicht mehr Leningrad, sie heißt St. Petersburg. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir alle Narben haben, Verletzungen haben, irgendetwas haben, was uns mehr oder weniger schmerzt. Und wird es nicht dann erst recht Zeit, rauszugehen und anderen Menschen zu helfen, diese Narben und Verletzungen zu vermeiden oder, wenn schon geschehen, diese Narben oder Verletzungen zu heilen? Weil, ihr Lieben, wir alle sind nicht da, wo wir stehen wollen. Wir alle haben nicht immer das erreicht, was wir erreichen wollten, aber es ist immer ein Trotzdem. Und ich möchte euch bitten, wann immer ihr vor irgendeiner Wand steht, das Wort Trotzdem zu formulieren und weiterzugehen. Denn ich glaube, es wird Zeit für uns alle, dass wir aus dem Leningrad von so vielen Menschen ein St. Petersburg machen. Denn, ihr Lieben, jedes Gesicht hat eine Geschichte und deine Biografie ist logischerweise deine Chance. Und weißt du, wenn du sagst, ich habe keinen Plan, ich habe kein Ziel, ich habe kein Geld, wunderbar, mach es trotzdem. Ich habe auch nie einen Plan. Ich habe jetzt ein Fernsehstudio eingerichtet für 4.000 Euro. Sagt meine Frau, ein gutes Studio kostet 4.000, sondern 400.000. Weißt du, wenn das Geld mal von deinem Konto weg ist, dann beginnt die Kreativität zu wachsen. Also einfach mal Gas gehen. Er folge seine Entscheidung und leiden logischerweise auch. Und dann gibt es manche Menschen, die sagen, Mensch, ich komme nicht in die Gänge. Und dann sage ich immer, die Hauptfrage, what drives to action? Und ich habe ja ein Seminar besucht, das hat 80.000 Dollar gekostet. Und eine der Haupterkenntnisse war, what drives to action? Und das würde ich euch ganz gerne jetzt mitgeben, weil ihr spart euch schon mal so, grob 30.000 jetzt nebenbei. Die Frage war, what drives to action? Und da haben die rumsinniert, zwei Tage. Und ich dachte mir, wow. Und die Antwort war am Schluss ganz einfach, the only thing, was eben zu Action treibt, ist Action. Du kannst Pläne machen, du kannst, weiß Gott, was machen, aber du musst raus. Und dann kommen manchmal Menschen zu mir und sagen in der Pause, du, Hermann, meinst du, ich hätte auch das Potenzial dazu? Und ihr seht, ich habe ganz wunderbare Menschen hier, die hier filmen und so weiter und so fort. Die lassen dann die Kameras an. Wir gehen dann direkt auf live und wir werden euch live vor laufender Kamera töten. Weil es eine unverschämte Zeit ist, eine dritte Person zu fragen, ob ihr das Potenzial dazu habt. Das Einzige, was ihr nicht bekommt, ist ein Fremdbild, aber kein Selbstbild. Und ich darf euch jetzt schon versichern, ihr habt das Potenzial. Und ich erlebe so viele Menschen, die dann rausgehen und dann triffst du die zwei Jahre später und dann sagen die noch sowas wie, ja, ich feile immer noch an meiner Position ja. Freunde, das sind Menschen, die sterben mit der Feile in der Hand. Bitte, mach die raus. Deswegen Potenzial ist logischerweise und immer doch. Und dann sagen manche, Mensch, was mache ich eigentlich, wenn ich mich bei mir? Tust du doch sowieso. Dann machst du doch gleich. Weißt du, manchmal, ich glaube, wir Menschen haben keine Angst vor der Dunkelheit. Wir haben in Wirklichkeit Angst vor dem Licht. Und ich darf euch eine Geschichte erzählen, die hat mich so bewegt, weil ich habe einen Auftrag bekommen, einen Vortrag über Digitalisierung zu reden, bei einem sehr großen Autokonzern, ich sage keinen Namen, bin jetzt nach Wolfsburg gefahren. Und dann ging es also schon richtig los. Und ich denke, mein Gott, jemand hat sogar keine Ahnung von Digitalisierung. Was machst du jetzt eigentlich? Weißt du, du hast nur noch Pippi in der Hose und denkst, oh Gott, dein Drecks-Ego hat dir diesen Auftrag angenommen, aber du kannst es gar nicht erfüllen, du armes Schwein und du stehst auf der Bühne. Und dann habe ich schon so Angst gehabt. Und dann kommt eine Frau auf mich zu, ah, Herr Scherer, schön, dass Sie da sind. Und dann sage ich mir, jetzt kann ich nicht mehr abhauen. Und dann sagt sie, bleiben Sie zum Mittagessen. Ich sage, wenn Sie mich danach noch haben wollen, ja. Und dann sagt sie, ja, wenn Sie bleiben, gebe ich Ihnen eine Essensmarke. Und dann drückt sie mir, ich habe es fotografiert, das Ding in die Hand. Und dann wusste ich, dass ich zur Digitalisierung was zu sagen habe, wenn du damit umgehst. Armut ist tatsächlich Arm an Mut. Das Einzige, was wir nicht mehr sein dürfen, ist eben Arm an Mut. Und jetzt kommt mein Lieblingszitat, es kommt nicht von mir, aber ich feiere dieses Zitat. Und dieses Zitat lautet, Ziele sind eine Wette auf das eigene Leistungsvermögen. Und jetzt frage ich euch, und ich brauche jetzt auf drei ein wirkliches Jahr, ich habe noch 44 Sekunden Zeit, ich brauche ein richtiges Jahr von euch, würdet ihr bitte auf euch selbst wetten. Eins, zwei, drei. Ja! Das ist doch der Schlüssel. Geht doch bitte da raus, zündet die Welt an. Und meine Frage ist wirklich, ist da jemand? Ist da jemand, der rausgeht, um die Welt anzuzünden? Wenn ihr sie mit mir gemeinsam anzünden wollt, geht auf Hermann Scherer Instagram-Profil, schickt mir eine DM-Nachricht. Ich finde euch nämlich großartig. 16 Sekunden. Und was ich damit sagen will, ist der Hauptschlüssel. Irgendwo ist da jemand. Es sind Menschen draußen, die auf euch warten. Es sind Menschen draußen, die euch haben wollen. Und ihr habt ab jetzt die Verantwortung, dieses Leningrad von so vielen in St. Petersburg zu wandeln. Drum ist meine Abschlussfrage nochmal, und ihr könnt da gleich aufstehen und Gas geben. Ist da jemand?